Hallo zusammen, hier ist wieder Oetila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Astro.no Wix und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Chiffingard präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, die Geister, die ich rief und für diesen müssen wir König Rastakan auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, während sämtliche Phantome noch am Leben sind. Und ihr seht schon, wir sind mitten im Fight und zwar beginnt jetzt hier gerade die dritte Phase, also sprich, ja, die Leute sind einerseits unten bei Bonsandi und die eine Hälfte ist hier noch oben bei Rastakan und es sind hier auch gerade die Phantome gespawnt. Das sind nämlich die Mobs, die man am Anfang umgeklatscht hat, aber dann nochmal als Phantome hier quasi in der dritten Phase einmal dazu spawnen. Zwei Sachen kann ich euch sagen, die wichtig sind. Erstens, die dürft ihr nicht umklatschen, deswegen da kein Schaden drauf und das zweite ist die Geschichte, wir hatten das beim ersten Pull so gemacht, dass ich die möglichst weit weggetankt habe, sprich, da ganz oben beim Thron, da ist uns der Boss gesettet. Warum auch immer, ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ich sie oben getankt habe. Wir haben uns dann dazu entschieden, die einfach hier in der Mitte vom Raum zu tanken, König Rastakan da ganz nach hinten und jetzt muss einfach ein Tank die quasi off tanken und der andere Tank einfach drüben Rastakan tanken und dementsprechend dann so nach und nach runter nuken. Mehr ist es eigentlich nicht. Man muss unten Bonsandi nicht tanken. Theoretisch kann man es mit drei Tanken spielen, dass man einen Tank runterschickt, aber Bonsandi braucht man unten nicht tanken. Von dem her ist es egal in der zweiten Phase. Also kann man das hier ganz normal mit zwei Tanks spielen. Ihr müsst bloß ein bisschen aufpassen, wenn ihr euren Tank relativ weit wegstellt. Ein bisschen Schaden machen die jetzt schon. Also solltet ihr da vielleicht gucken, dass ihr einen Heiler noch mit abstellt. Aber mehr ist es nicht, außer einfach Boss umnuken und Phantome auf tanken. Ja, das war es mit dem kleinen Achievement Guide. Ihr seht, bei uns ist gerade noch das Achievement aufgeploppt. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.